Das neue Nachwuchsleistungszentrum des FCK. In verschiedenen Ausbaustufen wird der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft des FCK gelegt. Die neue Wegeführung erschließt das Gelände vollumfänglich. Umkleiden und Betreuungsbereiche werden modernisiert und vergrößert. Zusätzlich entstehen Aufenthaltsräume für Eltern und besondere Begegnungsbereiche mit den Profis. Neue Fußballplätze bieten die Möglichkeit für mehr und individuellere Trainingseinheiten mit dem Ziel einer optimalen Leistungsförderung. Fußwege zu allen Plätzen bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und kreuzen keinerlei Zufahrtswege. Die Vision, im Winter mit einer Trainingshalle für optimale Bedingungen zu sorgen, ist integraler Bestandteil eines modernen, wettbewerbsfähigen Trainingszentrums, das individuelle Förderung auf Top-Niveau bietet. Das Nachwuchsleistungszentrum ist unsere Bank für die Zukunft. Mit Ihrer Hilfe wird die Vision Realität. Zeichnen Sie jetzt die Betzeanleihe.